Schüsse, Anni! Alter, der Bot, ne? Beste! Mann! Das ist der Gehune unten wieder. Ja. Wir sind gleich ins Spiel. Wir sind gleich ins Spiel. Nein! Lauf, Schick, lauf! Schaut so geil aus. Da gibt's doch so'n Helm, äh, Check'n Run, wie der heißt, ne? Wo die Hühner versuchen, aus diesem Stall sind kommen. Ja, weiß ich nicht. Das war so'n, äh, Animationsfilm da. Ja, ich war grad fertig. Wo alle Hühner aussehen, dass sie aus Knetebeständen. Wahrscheinlich töten sie das auch. Ist das so geil, hab ich ne Stubmotion? Ich bin mir nicht sicher. Ist schon die Idee. Alter, du dummes Movie! Erst... ...pommst du mich da weg, und dann haust du mir eine Kiste nach einer, wo ich mich bin. Du blöde Hühner! War das in den items? Alter, ist doch wild! Ich bin hier schon der Schlechte! Mann! Ja, L2P, ne? Nö. Oh, Mann! Oh, Shit, das war... das war so schlecht. Oh, yeah! Komm, komm, komm! Nein! Nein! Ah! Aber ich hab immer noch einen goldenen Haken! Nein! Nein! So nix! Oh! 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 Ja! Oh! 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 Ugh! Wie geil! Oh Mann! Das war jetzt das. Das find ich sowieso scheiße. Das Ding. Ja. Du musst auf die Bombe die mal legen können. Komm schon rum. Auf scheiße. Das Ding. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon, klasse! Oh! Komm schon! Un, un, un! So, Hünchen, So, Hünchen! Oh! Oh! Komm, 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 komm! Sei nützlich! Ach, shit! Dann gibt's da wieder nix! Ja, Mann! Einfach so ein Blinz! Oh! Ja, ja, ja! Komm schon! Ja, Mann! Oh! Waren wir noch ne Runde? Dad who? Ja, klar! Oh, na pro! Hammergeil! Da sitzt gerade richtig drin! Was nehmen wir denn? Ich glaub, Theme Park ist richtig eklig! Nehmen wir das! Oh, eklig ist gut! Man! Nobody calls me chicken! Ich hab mir gedacht, du mein Mist! Nice! Ich find's jetzt speedrock jetzt auch besser, aber speedrocks ist eigentlich auch ganz lustig! Ich glaub, hier auf der Map könnte das auch sehr cool werden! Weil wir einfach nur Freiflächen haben! Oh Gott, jeder hat einfach mal le... Das ist was für Andi! Ja, das hat gleich verknallt! Ja, ich auch! Wir spawnen direkt wieder unten! Scheiß für den Scheiß! Ja! Ja, Andi! Ernsthaft, Andi! Du musst lernen, wie das geht! Oh! 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 Das... Oh! 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 Was? Hä, wo bin ich denn? Bin ich schon tot, ne? Ja! Doch, du bist tot! Achso! Bin ich denn gestorben? Schon zwei Stunden später! Ja! Ich weiß gar nicht, wie ich gestorben bin! Aber war ich weg! Kann ich ja nachher im Video sehen! Ja! Oh! Ja! Ja! Achso! Ich bin oben gehüpft und bin wahrscheinlich zu oben! Oh Gott, das war grad... Das war grad so schlimm! Ja! Von mir irgendwie nicht so! Was? Bin ich jetzt ausgeschieden? Was? Ich auch! Oh mein Gott! Andi! Fick ihn! Andi! Erledige den Bot! Bestäube ihn! Andi! 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 Sei eine Biene! Er ist ne Hexe! Was ist denn ne Grapplinghook, man? Ja, man! Bums! Oder... Oh! Oh shit! Du bist so angeregt! Du bist so... Komm, du kriegst das denn! Du kriegst das denn! Okay! Nee! Ich bekomm schon mal direkt einen Golden Hook! Was? Ja! Nein! Oh mein Gott! Nice! Powerplant? Okay! Nee! Na irgendwas, wo man nicht so viel hochhüpfen muss, Digga! Das gibt's auf allen Maps! Na, da gibt's auch Maps, wo man nicht so viel hochhüpfen muss! Das hab ich ja selber schon gespielt! Nee, ich muss da jetzt viel hochhüpfen, Alter! Den höre ich danach auch! Ja! Es gibt eigentlich keine, wo du das nicht brauchst! Gibt es! Ja, dann lern's mal! Wie gesagt, nein! Nein! Nee! Einfach... Kein Bock! Oh shit, was? Powerplant rückwärts! Aua! Möchte ich denn? Äh, bei mir ist das Spiel eingefroren! Hallo? Bei dir ist ein punktes Ausrufezeichen! Äh, bei mir war es das gerade... Oh shit, hier sind auch noch Laser! Du bist einfach gerade... Also bei mir war das Spiel eingefroren, Leute! Jetzt geht's wieder auf. Das wird jetzt lustig, weil hier überall Laser sind! Oh yeah! Oh, du hüpfen mit Lasern! Ja! Komm checken! Oh! Andy, geh ich wieder bei dir? Also noch hab ich keine von den... Nö! Keinen... Oder hab ich grad... Nicht drauf geachtet! Warte, was? Was war das denn jetzt? Warte, du nötig! So... Ne Schünchen, freundlich! Ich seh nichts! Oh man... Oh nein, 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 nein! Au! Dobe map! Ganz dobe map! Ja, ich glaub das... Zum Abschluss sehen wir gleich noch Plaza und... Rocket Speedburners. Das möchte ich auf jeden Fall auch heute noch einmal machen. Wenn ich jetzt diesen blöden Bot erwische... Ah, warte! Ich hab ja verpfälte! Jetzt ist er voll gefällig! Der Bot ist... Nicht gut genug! Ähm... Speedhooker ist das weg! Und... Plaza! Die Auswahl ist so unnötig jetzt! Ja! Das war eine Überraschung! Wow! Au! Oh! 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 Und... Oh! Oh! Die Raketen verfolgen einen teilweise echt hartnäckig. Oh Gott, ich hab quasi meine Maus einfach weggestoßen. Ja, okay, ja, so geht das. Direkt mit unserer Raketen erledigt. Alter, das ist so gut. Oh, teilweise sind die Raketen doch echt gut. Alter, mach ich jetzt... What the fuck, was war das? Ja, ja, ist klar. Nee, nee, warum hast der Sternchen nicht geholt? Egal, weg hier. Das Sternchen-Team hat ihm nichts genutzt, er hat doch noch ne Rakete. Nee, hat er ja nicht mehr. Doch, er hat eine. Ach, hast du noch? Okay. Ich hab eine. Immer da hängen. Ich komm hier. Was? Nein! 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 Scheiße, Dinger, diesmal nicht. Da kann man drauf spüren, aber naja. Oh Mann! Alter. Overkill, ja. Overkill, ja. Overkill, ja. Das war's auch schon. Wo läuft das hier? Oh, komm, Alter. Andi! 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 Komm, Andi, du hast einfach schon... Ach stimmt, du hast ein bisschen leichter noch einen Punkt gehabt. Wenn zum Hochspringen geht, ne, Andi? Ja, aber Raketen schießen, kennst du mich doch? Ich brauche nur irgendwas, wo ich nicht aimen muss. Und jetzt hat es einfach da rumgestanden. Ja, weil ich... Ne, ich hab's ja vorher erklärt. Jetzt musste ich immer mal was sagen. Oh Gott, ich hab grad gar nicht mehr erkennen können, welche Raketen abgeschossen hat. Oh shit, was? Was? Oha, 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 oha. Du musst sliden! Ich glaub, der wird nicht treffen. Sliden, Mann! Oh Gott, weiß! Sliden ist auch nicht immer. Ja, nice. Aber jetzt hast du ja auch ein bisschen was, ne? Ja. Noch eine, oder? Oh Gott, ich muss noch eine machen. Aber auch dann die letzte, aber nochmal die Map, die ist geil! Ja, irgendwie wohl. Ja, Plaza kann eigentlich ne Menge. Rocket Speedrun, das ist einfach echt... Also das macht dir von allen alternativen Modi echt am meisten Spaß. Das ist im Prinzip ein Rennen, aber da hast du ja auch ein richtiges Feuergefecht dabei. Okay. Nein, nein, nein Haha! Skill. Was ist das für sie? Oh! Alter Schwigel. Ja! Ist ein guter Skill! Gut Leute, müssen wir jetzt nur 10 Raketen aber sonst... Komm Andi! Komm bei dir! Oh shit! Mir ist wohl klar, dass das mein Ende ist. Du wirst besser, glaub ich. Wie lange bleibt der Fichser denn da hin? Ach so! Ach so! Ach so! Ach so! Komm schon Hütchen! Ey, da klappt noch gar nichts. Feuer frei! Okay, jetzt noch nicht. Komm, holen! Yes, yes! Alter! Nein, nein! Oh, like a pro! Oh, like a pro! Du wuchs gerade, Digga! Ach so! Oh mein Gott! Okay! Okay, ich glaub wir haben genug, bis zum nächsten Mal! Okay!